Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi haben ihre Trennung bestätigt. Nach insgesamt zehn Jahren Beziehung, sieben davon als Ehepaar, gehen sie nun getrennte Wege. Sie waren eines der beliebtesten italienischen Promi-Paare überhaupt, 2013 verlobten sie sich, waren knapp sieben Jahre verheiratet. Jetzt haben Michelle Hunziker, 44, und Tomaso Trussardi, 38, ihre Trennung bekannt gegeben. Das Paar, das zwei gemeinsame Töchter, Sole, 8, und Celeste, 6, hat, geht ab sofort getrennte Wege, wie beide in einem gemeinsamen Statement gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am 18. Januar 2022 bestätigt haben. Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, wir haben beschlossen, unseren Lebensplan zu ändern, nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unseren Lebensplan zu ändern, so Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi in ihrer Stellungnahme. Wir verpflichten uns, den Weg des Wachstums unserer wunderbaren Kinder mit Liebe und Freundschaft fortzusetzen. Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben. Um die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben, schreiben Sie weiter. Im Video sehen Sie, warum aufmerksame Fans schon bereits seit einiger Zeit eine Trennung vermuteten, nun haben sich ihre Spekulationen offiziell bestätigt. Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit Vielen Dank.